Herzlich Willkommen zurück bei IT TAKES TWO mit Gärtner John Necco und mir. Steh mal da drauf. Scheiss, war es deins? Ich kann da schon draufstehen. Und wenn ich eingehe. Man bleibt einfach stehen und geht drüber. In der Mitte anfangen. Hübsche drücken. Können wir das durchziehen? Das ist ein bisschen schade. Du bist einfach nutzlos hier. Ja, ich habe es alleine gemacht. Oh, ich dachte gerade, ich fliege runter. Ey, man sieht dich kaum. Krass. Schau mal wie klein. Da. Da komme ich unten durch. Molekular Level Ant-Man Style hier. Ah, siehst du. Okay. Habe ich ja gesagt. Wollen wir hier nach Sternchen oder? Hey, ich habe ein Geschenk. Hier. Aha. Geh mal da hoch mit dem Blitzteil. Oh, jetzt hat es aufgehört. Okay. Okay, das macht einem gar nichts. Ähm. Müssen wir... Ich weiß nicht wohin mit dem, aber ich nehme es gerne. Na ja, man kann schon... Ah, guck, das glitzert hier, das Ding. Braucht das irgendwo Strom? Das hier fängt an zu drehen jetzt. Drei Stück. Aber ich weiss nicht, ob das immer schon so ist. Ich weiss nicht. Ah, es gibt noch mehr von denen bestimmt, oder? Oh, der Mann stellt sie besser hin. Ja, aber es drehen immer noch nur drei. Ich weiss nicht, wofür das die sind. Ah, ja, komm. Ah, das ist ein Knopf, oder? Nee. Nee, 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 also gar keine Knöpfschuhe hier. Naja, komm, wir machen mal was auf der Seite, oder? Ah, warte mal! Die Stellen müssen wahrscheinlich irgendwie laufen. Aber... Können wir allen mal hier hin? Ja, mal alleine vielleicht. Vielleicht muss man das ankicken mit dem anderen, dass die hier auch Strom kriegen. Muss wahrscheinlich von da drüben ein bisschen Startenergie rüberbringen. Aber da brauchen wir mehr von diesen Blitzdingern. Sehr viel mehr. Etwa so zwei mehr, mindestens. Ich glaub, weiter geht nicht. Ja, wollen wir mal gleich hier in der Nähe ausprobieren. Für wen ist das wohl gemacht? Keine Ahnung. Ich kann gar nichts... Auch nicht helfen, nix. Ich brauche deine Hilfe, ich bin gross genug. Dann mach ich was anderes, diese... Ja, das ist bestimmt auch ne eigene. Ja, da drüben, ich seh's schon. Aber ich bin guck's genug. Ja, mit deinen Schuhen, oder? Ja, ja. Das ist cool, kann ich dir auch zugucken dabei. Ich bin jetzt auf der dunklen Seite. Ah, aber da komm ich mit der dunklen Seite. Ja, da komm ich mit der dunklen Seite. Da komm jetzt. Ja. Ja, das sind wirklich mehr Blitze, die man kriegt. Hallo. Ah, du bist auf der gleichen Seite. Ja, ich komm... Hier ist nix. Leider, leider. Ich kann kein Blitzdings nix. No. Ja, es ist zu noch, die Kuppel ist zu. Oh, shit. Das ist aber sehr schade. Scheisse. Ah, wo sind sie? Ah, zu einer Tod, okay. Ähm... Man muss die Kuppel hier unten öffnen, irgendwie. Okay. Willst du das hier machen? Zu der Reihe nach, von links nach rechts. Wee! Es ist nicht so, wir waren schon. Ja. Kann ich dich überholen hier? Ah, ne. Nein, fast! Es hat fast geklappt. Es hat geklappt, glaub ich mal. Ja, aber es ist... Ich bin mir nicht sicher, ob es die richtige Richtung war. Oh, shit. Doch. Ja, siehste. Wird ja. Abkürzung des Lebens. Oh ja, komm. Wir können wieder mal ein Spiel des Lebens spielen. Ja, genau. Und jetzt? Keine Ahnung, richtig. Keine Ahnung, richtig. Keine Ahnung. Da zum Stern, komm. Das kann man doch was machen. Oh, Donkey Kong gegen Godzilla. Ja, dann noch den da drüben. Das stimmt, den haben wir jetzt schon. Kann man mit diesem Ding springen? Oh ja. Oh, Kapi. Ja, dann kriegt noch der letzte eigentlich. Denkst du? Ich denke ja, ab und zu denke ich mal. Aber... Ist da hinten auch was? Ja, ich glaub schon. Aber ich bin mir nicht sicher was. Ein Sternchen. Aber auf deiner Seite hat's auch noch einen, oder? Ja, aber ich komm... Ich brauch deine Hilfe, um da hochzukommen. Ja. Jawoll, mit einer Rakete. Endlich, endlich kann ich mit einer Rakete fliegen. Ich hab die ganze Zeit gehofft, dass sowas noch kommt. Ja, ja. Doch, doch, Rakete. Oh nein. Oh Mann. Oh Mensch. Wir sind so gut, wir brauchen nicht alle. Rustig. Ja, ist cool, kann man das so annehmen. Ah ne, man muss wegen den Sternen schauen. Ah, sie geben dir auch noch ein bisschen Energie auf die Dinger. Warte, vielleicht muss man einen schön drauf. Ah, schön hab ich gesagt. Du gibst dir alle Mühe, ne? Irgendwie... Ah, jetzt ist es offen. Aber es ist... Einer leuchtet gar nicht. Wieder einer leuchtet nicht. Ah, es ist wahrscheinlich die Batterie dann. Loops. Nein. Haben wir was verpasst? Levelgesch... Hä? Aber... Da fehlt doch ein Stern. Haben wir einen vergessen? Da unten wäre noch einer. Aber... Ja gut, ähm... Ich mein... Kommst du da nicht hin, oder? Kannst du mal hier drauf springen? Ach so... Ich kann ihn nicht abwerfen, das geht nicht. Seltsam. Ja, jetzt läuchten wir alle. Ja, jetzt läuchten wir alle gerne. Schau, wie happy er ist. Schau, wie happy er ist. Es ist fast wie krug ausgedrückt. Huuu... Huuu... Oh was, das war eins von drei wieder? Ja. Meine Güte. Das sind sauerwesig viele. Christen oder Regenschirme? Ach, Regenschirme, wenn wir schon hier sind. Eine sexy Parapluie. Läufst du Barfuß? Ich dachte... Ja, ich bin Barfuß. Du bist grün? Ja. Gefällt mir nicht. Wer... Wer boxt mich gleich hier weg? Ich bin eine Kugel. Ooooooo... Bände ein-Ausschalten. Und... Bände ein-Ausschalten. Ja, okay. Okay, fine. That one was on me. Nein, du bist immer schuld hier. Du bist gefallt. Du bist gefallt. Das Spiel nicht kannst, oder? Ja, aber... Warum... Ah, hinten kommen dann... Danger. Das sieht toll aus. Ja. Oh... Oh... Das würde auch explodieren jetzt. Okay, jetzt mal richtig. Ich muss bei dir schauen. Warum? Oder nein, ich mache die Augen zu und du sagst immer Wand ein oder raus. Äh... Ist okay. Schiess. Aus. Ein. 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 Aus. 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 Ein. Aus. Ein. Ein. mach dich kleiner dann erzeugt man deine stimme zumindest so schau mal da ist ein falsch hier dein gewicht erträgt es mir was kommt davon wenn man die diät einfach abbricht was sind das hier für ein gerät ach so ok jetzt muss ich rüber das ist ein laserbeam ich habe sogar nicht der plan aber es hat funktioniert das war glaube ich sogar richtig der traktor strahl hatte ich ja dass du bist du bist in der mitte durch das hat doch nur zu spät wieder so ein traktor strahl aber diesmal glaube ich für dich oder ich habe keine nur ein roboter siehst du das schild an der decke wo dass die batterie rechts von dir links zeig mal wie sie das haben das hätte ich nicht gecheckt ohne scheiss ja das war es wieder ok ok gut das war jetzt schade irgendwie hatte ich noch mehr mit traktor strahl spielen gut ist auch schön dass nicht alle immer so lange sind kaum 20 minuten für ein mini spiel von 12 ist auch nicht schlecht das kisten land da ist was leuchtendes auch ist bestimmt so gedacht dass sie da hoch es hat sich schon aber aber die kann man bestimmt auch holen wenn man unbedingt weg was hm nix was ich dachte ich dachte er war ein stofftier vielleicht wieder so ein komischer wünschelwurm hot tubes oh scheisse das ist komisch von der perspektive was denn das was denn das kannst du rauf auch nicht dranhängen spring der kann sich nie irgendwo dranhängen der ist viel zu klobig der typ ich glaube du musst einfach noch was machen was von hier oben ah mach dich klein ja ne wie komme ich dann aha doch ja auf die andere seite ach so ist ja klar ja aber klein ja ja ist auch geschenkt wow that was crazy oh wow glad you made it back in one piece ok das nächste mal vielleicht doch nicht klein ne normal aber das war geil oh fuck miss ja ich hab's auch verkackt double jump ne kann das überhaupt nicht ne ich kann nur rein mal ok jetzt mach klein ja geht das rauf jetzt kannst du rüber dann kann ich ja oh die bewegung sich ja die musik erinnert mich ein bisschen an master tag ne ne ja gut das hauch abbrechen destroy all humans hab ich nicht gespielt du 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 Jetzt tun wir es auch nicht mehr alleine. Das haben sie klug gemacht. Jetzt würde ich schon längst ohne nicht gehen. Du Doffkopf, du. Du musst jetzt auch sterben. Das reicht nicht, oh man. Collaboration, bla bla bla. Nee, aber wo bist du? Ach so, Aschen, du bist da. Entschuldigung. Das war zu verlockend. Gib dir keine Chance, das bei mir auch zu machen. Scheißen. Ja. Nein. Nehmen sie wohl. Ah ne, ich kann sogar rüber. Was, du kannst rüber? Ja, sie wurden aktiviert. Nee, echt jetzt? Ja. Sie haben an alles gedacht. Ach so, das sind Dinge. Wieso bist du jetzt hier? Seit wann kommst du an die Decke? Ich kann einfach nochmal springen. Ach ne, muss ich ja. Ach ne, ich war ja an der Decke und jetzt bin ich wieder normal. Hm, Kacken. Das ist schon schwierig, ja? Ja, ich weiss. Was? Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht so einfach, wie sie auch sind. Liegt bestimmt am Kontrollen. Ja, ja, ja. Ja, meiner ist halt nicht so, so elegant wie du. Ja. Ja, ja. Da vermag nicht unser Kind mehr wie dich. Fertig. Ah ne, eins kommt noch, oder? Nee, das war das letzte auf der Ebene. Wreckend, ah ja. Genug, Roulard. Zeit für eine Pause. Ich bin nicht mehr. Möchten Sie einen Schalter drücken? Man kann wieder aufdrehen, das Ding. Es geht nicht. Nee, man kann leider nur in eine Richtung. Ah ne, man muss es festhalten, okay. Wie viele Stockwerke das noch hat? Ja, eins mindestens noch mal mit drei WC. Computer. Du, was ist da oben? Ist das ein Stofftier? Der Mond. Ein Kackhaufen wahrscheinlich. Drängt eine Corona-Zelle ganz kurz. Ja, ja. Ja, läuft, läuft. Doch. Noch einmal. Aha. Ah, okay. Dann muss ich jetzt dorthin. Ah, oder. Ah, ja, genau. Passt. Ja, genau. Du hast es irgendwie gekriegt. Genau. Die gefällt mir. Ach so. Ja. Ach so. Du musst mich eh umbringen. Die Batscheri. Die Batscheri. Und. Weggedödelt. Was ist hier? Happy. Neutral. Sad. Angry. Die sehen alle gleich aus, die Farben. Daily Moon Change. Daily Moon Change. Sie hier ihre Gefühle beeinflussen. Immer den Roten zuerst, ja klar. Ja. Ouf. Ouf. Ah, kritisch. Oh, das kann nicht richtig sein. Nein, nein. Entschuldigung. Diese Spacemunk-Toy-Thinge. Er weiß nicht, was er spricht. Okay? Lass uns aus diesem schrecklichen Ort. Hey, hey, hey. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Vielleicht können wir uns zurück in Rose von hier? Nein! Warte! Ja! Die anderen zwei. Und gelb und grün. Ja, Happyness hat dich auch gerne geschaut. Oh, ja. Traiters of the Earth! Bebere to die! Okay. Sterben sie schon. Ja, bleib mal stehen! Hey, Signal! Oh! What the? Hey! Warum gegen mir? Geh gegen diese Andere! Astronautisch. 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 Geh mal auf den Blau-Knot. Du Lustiger. Da hat's einen Blau-Knot. Ja, da hat's einen Blau-Knot. Also mir gefällt's momentan. Ich weiss nicht, was du für Probleme hast. Geh weg von mir! Nein! Das ist ein kleinste. Das ist ein kleinste. Ah, du bist hot! Ah, du bist hot! Ah, ja, 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 schon wieder! Haha! Jetzt kannst du da reinschiessen, glaube ich. Bam! Auf Kopf! Das ist schwer nerft. 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 Ich brauche mal nicht in der Mitte. Banane. Jetzt kommt der gegen mich, oder? Es geht! Einfach rennen. Du bist an mir vorbei schon. Das ist gar nicht so einfach. Das ist so schnell. Ja, du musst einfach rennen. Das ist so schwer. Ah, doch nicht auf mich hier! Oh, oh, oh! Die bleiben da! Oh, der zieht dabei! Ja, ich ziehe! Ah, hey! Was soll das? Ich dachte, das ist randommässig durchs Zoll. Aua, 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 aua! Ich bin noch nicht da, ich bin noch nicht da, ich bin noch nicht da. Mach noch mal runter. Mist, er hat mich. Pass auf. Jetzt ist gut. Es ist offen. Weich. Wie, es ist oben? Ah, ich musste die Wand hoch. Töten mich hin! Wir müssen wieder mit dem Laser hinfahren. Was? Was? Was machst du? Händ mich runter! Ich würde es auch auf mich halten, den Laser so richtig ins Gesicht. Nee, findest mich nicht. Scheiße. Oh... Oh, wie kalt! Oh. sag mal So geil! Du hast das auf einmal nicht richtig gemacht? Weil irgendwie ist es für mich falsch. Von der Invertierung her ist es ein bisschen komisch. Ja, ist doch falsch oder? Ich habe mich nicht geachtet. Nein, ist okay. Nach vorne nach unten, nach hinten nach oben. Ist das normal? Irgendwie bin ich verwirrt. Nein, das ist falsch. Wenn ich nach vorne drücke, gehe ich nach unten. Dann ist es bei dir falsch. Wenn du nach vorne drückst, gehe ich nach unten. Doch, das ist doch normal. Ich glaube nicht. Doch, doch. Wenn du nach hinten gehst, gehst du nach oben. Nein, ich bin verwirrt. Muss ich irgendwo rein, oder? Keine Ahnung, spring mal auf den Rand. Ah, hier. Okay. Ähm, tschüss. Ähm, okay. Ja, und ich muss natürlich das Schwierige erreichen. Ich kann mir jetzt also ordentlich Zeit lassen hier. Stop it! Do you remember me? It's me! Tsch! 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 Wie kommst du noch? Klar, aber mir ist voll gemütlich. Bald sterbe ich wahrscheinlich. Ich weiss nicht, ob ich dich noch muss, aber irgendwie... Ich bin tot. Scheiße, schon wieder. Tut mir leid, irgendwie kann ich da nicht rennen. Okay, jetzt. Ai, ai, ai. Nein, 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 du! Du, der Weg ist noch weit. Haltest du es noch außen oder soll ich es fertig machen? Fertigmachen! Oh, meine Güte. Entschuldigung. Tschüss. Hey, May! Was ist passiert? Beleid, ich gehe nach ihm. Hey, ich habe etwas gefunden. Ich glaube, wir können es nutzen. Nein, du kannst es nicht. Ja, vertraut mich. Wie kann ich das machen? Ja, die haben wir ja weggelösschen müssen. Oh, der Arme auf. Oh, zweiter Laser. Äh. Äh. Direkt Hits! Oh, warum ist das so schnell? Ich glaube, wir müssen das machen. Bäm! Bäm! Hey! Hä, wo ist das? Oh, meine UFO-Driving-Skills sind nicht genug genug. Bäm! 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 Das ist cool. Will ich mehr machen. Nein, nein, weiss. kleinen Zubbogen. Bäm! Mä! Wires! Bäm! Bäm! Nein! Ja, ich kann auch Rose spielen mit dir wieder, aber du musst dir helfen, dass du sie wieder zurückkriegst. Okay. Wenn du sie nicht wirst, du wirst sie nicht schreit. Ja, 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 wir haben es. Okay. Sag Rose, dass, was immer passiert, ich werde sie besten Freund. Du wirst jetzt nicht von dem Elefanten ersetzt, ja? Wir brauchen zu sprechen. Wir brauchen deine Träume, um den Spell zu brechen. Darling! Sie kann uns nicht selbst fühlen. Was werden wir tun? Warte, warte, schau. Ah, da ist der Träumfinger, den wir am Anfang gesehen haben. Ja, stimmt. Ja, da ist der Träumfinger, den wir am Anfang gesehen haben. Ja, stimmt. Da wer ist der Clue jetzt? Wir brauchen etwas, was Rose liebt, um zu krippen zu machen. Was? Der Elefanten. Rose liebt seinen Elefanten. Es ist unsere besten Freundin. Wenn Sie das Elefanten. Wir machen Rose rüben. Oh mein Gott, Mann. Das ist ein Monster. Das ist eine große Idee. Sie wird ein River? Ja, ja, ja. Okay, jetzt müssen wir, äh... Oh, we just gotta get through her toys. Well, this would've been a lot easier if you'd tidied her room. Well, at least I didn't buy her a crazy space monkey that nearly got us. Oh, shut your clay face. My nose is itching. Yeah, that's the dust. We must remember to clean under her bed. Yeah, noted. Das war Folge 9. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.